hey leute was geht herzlich willkommen hier zurück bei myshish und wir haben heute mal wieder ein hype tabak für euch ja aquamenta bringt ja zurzeit ziemliche bretter auch einen guten hype hat der tabak immer den die jetzt bringt sie black and white und wir haben jetzt heute ein tabak neu rausgekommen letzte woche erst rausgekommen ja also ich zeichne das video jetzt quasi auf am samstag am montag seht ihr das video und rausgekommen also verfügbar in den shops war der tabak am dienstag ich habe mir sofort bestellt ähnlicher hype wie der black and white ja und zwar es geht um aquamenta ich zeig das mal so red and green das ganze erinnert ja schon von der verpackung her einen doppel apfel das soll es auch so ähnlich sein es ist ein roter apfel grüner apfel aber keine anis ja also kein klassischer doppel apfel geschmack ich selber rauche doppel ab und apfel ab und zu wenn es sein muss aber ich bin eher team traube minze statt doppel apfel weil mir einfach dieses lakritz anis geschmacklastige gefällt mir einfach nicht ab und zu geht das aber schon mal klar ich bin auf jeden fall sehr sehr stark gespannt wie der ganze tabak sein wird ich habe auch noch nicht geraucht ja also das wird ja auch mein erster selbstversuch und ihr bekommt das ganze hier wieder 17 euro 90 200 gramm in der papp umverpackung und dann habt ihr das ganze hier wieder in so einer metall dose in einem factory bag ich stelle das ganze mal rüber dazu kauft ihr euch wieder für 1 euro 49 diesen ath one shot der die minze und das menthol oder ihr wisst was ich meine enthält und mich das ganze video wie immer verlinke ich euch hier oben wo ich das schott system erklärt habe der china person apple ist ja schon ein sehr sehr guter apfel tabak also ein reiner apfel was reinen apfel angeht aber das ist ja nur so ein persischer apfel mäßig ja das ist ja kein apfel mix wie wir das jetzt hier haben ich habe das diesmal hier in den super beutel umgefüllt einfach weil mir die aquamenta dosen wenn tabak drin ist anfangen ja zu oxidieren also es entsteht dann so eine schwarze schicht der tabak wird auch teilweise schwarz und ja ich finde das einfach nicht mehr nicht schön nicht lecker wie auch immer und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen dass man den super um zu füllen aber wir riechen am red and green wow also geruchlich sehr abflastig auf jeden fall wie es sein soll ihr riecht auf jeden fall sofort dass das ganze ein apfel sein soll wer schon mal gedampft hat oder wer so ein bisschen aus der web scene mit kommen na kaboom ich glaube crazy apple hieß das aroma ja das riecht sehr sehr ähnlich beziehungsweise schmeckt so wie der tabak hier riecht also geruchlich krass nach apfel ja so apfelsaft richtung würde ich fast behaupten und dann würde ich sagen wir gehen mal noch kurz auf den schnitt ein jetzt habe ich das natürlich schon wieder eingepackt ja absolut genius schnitt technisch ist das ganze wie bei aquamenta ja typisch schon fast ich zeige es euch mal so ich hoffe ihr seht das aber den aquamenta schnitt kennt ihr ja also aquamenta typischer schnitt wie immer mir leicht zu grob ich finde wieder ein bisschen zu grob ja ich meine das immer geschmackssache aber ja lieber zu grob als keine ahnung molasse mehr und molasse sind wir auch schon bei einem guten stichpunkt die molasse ist nach der schott zugabe auch wieder on point also ja super eingezogen kein kritikpunkt dann würde ich sagen wir reden nicht mehr vorne weg drum rum ich zeige euch den kopfbau im werkbund zeus im schnelldurchlauf und dann sehen wir uns hier zum rauchen wieder ich bin mega gespannt so willkommen zurück leute kopfbau habt ihr gesehen locker fluffig geht mit der sind mit dem sieben bisschen schwerer aber ja geht im werkbund zeus rein fallen lassen bis schon verteilen kann laut lotus 1 drauf drei kohlen und der let's go das ganze steht jetzt seit ein paar minuten ist also schon warm wir können direkt los rauchen und ich würde sagen das machen wir jetzt auch es kommt schon was durch ich nehme aber noch mal einen zug also erstmal rauchentwicklung absolut nichts zu meckern rauch ist da könnte ein bisschen mehr sein aber das liegt auch ein bisschen an meinem kopfbau von daher ja würde ich da keinen punkt abziehen oder so der ist in ordnung geschmacklich ihr habt durch den shot wieder aktuell wie beim exotic zum beispiel auch diese minze die ersten 10 15 minuten würde ich wieder behaupten im vordergrund also bei mir ist es so beim exotic so nach 15 minuten ungefähr flach die minze dann doch recht stark ab was mich allerdings gar nicht so sehr stört ist eine gute kühle note nicht zu kalt nicht zu ja unkalt quasi und jetzt kommen wir zum apfel geschmack was soll ich sagen apfelsaft apfelsaft sein vater es schmeckt einfach wie apfelsaft wirklich dieser grüne apfel ist ja ein saurer apfel und der rote ein süßer apfel eine saure note also schmecke ich jetzt nicht raus ja doch so ganz ganz leicht im unterton schmeckt man schon eine saure note aber da muss man wirklich darauf achten um die zu schmecken die süße note ist dann doch wesentlich präsenter und es schmeckt halt einfach wirklich wie ein apfelsaft also wenn ihr einen apfelsaft trinkt ja genau so schmeckt das vom geruch ist das ganze natürlich wieder krasser wie der geschmack das ist ja bei tabak ja immer so aber grundsätzlich der kann schon was also ja der hype ist schon gerechtfertigt würde ich sagen verglichen jetzt mit dem chelma persian apple hat der hier auf jeden fall eine kühlere note als der chelma der hat ja eigentlich so gut wie gar keine kühle note und was ich sagen muss selbst jetzt ein paar sekunden oder ja eine halbe minute oder so nach dem ausatmen ich habe immer noch einen apfel geschmack im mund das ist absolut krass also vom geschmack also ich will den jetzt nicht über einen klee loben oder so aber das ist schon ein ziemliches brett also der flasht mich schon ein bisschen das ist ähnlich wie beim black and white muss ich tatsächlich gestehen der black and white hat mich am anfang auch total geflasht der ist aktuell immer noch mein lieblings tabak und der hat auf jeden fall da potenzial die nummer zwei zu werden also aquamenda hat da mal wieder ein brett rausgehauen kann man einfach nur so sagen top tabak lässt sich nichts hinzuzufügen und ja in dem sinne bleibt mir nichts weiter zu sagen außer lasst mir gerne ein like da über ein abo würde ich mich riesig freuen und dann hoffe ich dass ihr das nächste mal wieder einschaltet und bis dahin macht's gut bis zum nächsten mal hier bei my shish bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal